Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Man of Medan. In der letzten Folge haben wir ziemlich kranken Scheiß mit Fliss erlebt. Und dazu ist aber auch Brad wieder zurückgekehrt. Er hat sich auf dem kleinen Kackboot, mit dem wir hierher gekommen sind, versteckt. Und ist nun also wieder mit von der Partie, von wem jedoch immer noch jede Spur fehlt, ist Conrad. Und nun sind wir also auf dem Weg, immer noch die anderen zu suchen, und zwar mit Julia und Alex. Achso, und das Kapitel übrigens heißt Im Wasser. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeuten soll, aber hinter uns steht auf jeden Fall einer. Und wo haben die auf jeden Fall Schuhe? Oh, sieh! Jetzt macht das Sinn mit dem Wasser. Ich glaube, ich soll hier ganz schnell mal irgendwie raus, oder so. Da war was. Oh, hier wohin. Oh, mein Show! Oh, mein тур. Stopp! Stopp! Hä? Komm schon! Warum das jetzt? Was? Bist du okay? Sehe ich denn so aus? Danke. Das ist wahr? Wir müssen weg! Er ist noch da! Dieser Typ! Wir müssen weg. Wir müssen weg. Komm schon! Oh meinst, wer ist denn das? Hilfe? Hä? Okay. Wir sehen nicht mal... Ui. Äh. Ja. Fliss konnte im Frachtraum nichts nützlich finden. Wir sind gerade bei Schiffe in der Nacht. Brett fand den Maulschlüssel über dem Frachtraum. Später traf Fliss auf einen Vermummten. Sie wichte im Zepterangriff aus und lief davon. Ach, wir hätten den bestimmt damit schlagen können. Das Küchenmesser. Alex fand ein Messer in der Küche und behielt es. Sie stiegen aus dem Wasser. Dann schnappte er etwas, das wie Alex aussah sich das Messer und jagte Alex und Julia. Oh. Also es ist doch ne Kopiwi, Alex. Das ist gerade Brett. Das ist ne Kopie von dem. Aber wie ist es wirklich? Nein. Warum muss ich denn jeden Schritt machen? Und sag mir nicht links oder rechts. Fringen. Sehr schön. Warte laufen. Wir legen es nicht drauf an. Tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht ist er weg? Fliss. Gott sei Dank. Ja, ich bin's. Und jetzt los. Himmel. Mir ist es nicht sicher. Ja. Und alle leben. Ich hab's geschafft, die Crew in Anführungszeichen wieder zusammenzubringen. Sind wir hier sicher? Ich glaube. Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Psychoanalytiker. Eiii. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller. Natur. Nicht? herausgefunden, was los ist? Wie man's aufhält? Wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher. Sicher. Hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen. Mit einem Hinweis. Okay. Äh, ich nehm jede Hilfe an. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges. Wenn Sie mich verarschen, das wüsste ich doch schon. Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Boah. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los. Weitermachen. Bis bald. Ich will dich um ehrlich zu sein nie wieder sein. Wow. Ich bin schon wieder Julia. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas... irgendwas ist, was ich nachgucken muss. Und zwar beim Kurs. Das Küchenmesser. Alex fand ein Messer in der Küche und behielt es. Sie stiegen aus dem Wasser und dann schnappte etwas, das wie Alex aussah sich das Messer und jagte Alex und Julia. Alex und Julia konnten dem Ding entkommen, das aussah wie Alex. Also haben beide überlebt. Etwas Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten, sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das... das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der einzige Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex Gesicht. Es war so furchtbar. Julia. Ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Wo ist das Gold? Habt ihr Gold gesehen, irgendwo? Es ist Zeit einzusehen, dass hier kein Gold ist. Wir hätten es schon gesehen. Was ist hier noch passiert? Was denkt ihr ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Keine Ahnung. Die Zeitung war von 1947. Dieser Ort ist eindeutig seltsam. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Wo ist die Crew? Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Das hier ist mehr ein Mausoleum. Als ein Schiff. Woher stammen die ganzen Leichen? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir da rauf kommen. Oh. Wollte ich nicht. Aber jetzt beginnt es interessant zu werden. Beziehungsweise es war die ganze Zeit davor eigentlich interessant. Und auf geht's mit Alex Richtung Fundgerät. Wir müssen von dieser Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Zack los. Können wir uns wieder umsehen. Das Patron? Hört sich verrückt an. Aber, habt ihr das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Oh. Flakgeschoss, okay. Flakgeschoss, Hülse. Eine Patronenhülse, die nahe einem Geschütz auf dem Schiff lag. Das Geschütz wurde abgefeuert. Update. Die Flugabwehr des Schiffs griff das Seenotrettungsflugzeug an. Update. Die B29 wurde von der Urang Medan abgeschossen. Uh. Wir wissen jetzt, wie es heißt. Wo auch immer hin. Als die B29 abgeschossen wurde, muss sie tief geflogen sein, um das Rettungsboot abzusetzen. Das Rettungsboot haben wir noch nicht gefunden. Also, er hat uns ja den Tipp gegeben, hier ist nichts Übernatürliches, was uns verfolgt. Es sind eher politische und wissenschaftliche Hintergründe, die eher das machen. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Hm. Vielleicht kann man das ja noch irgendwie flicken oder so. Ich weiß nur eins. Wir müssen hier runter. Und da so schnell wie möglich. Vielleicht auf der Seite noch irgendwas. Okay, da nicht. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Mhm. Mach das mal. Da ist was. Kommen wir da hoch? Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaub, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Dankeschön. Ich zieh dich hoch. Ja, und die anderen? Die anderen werden mitgenommen. Oh, okay. Die anderen werden mitgenommen. Was ist jetzt, wenn ich hier lang gehe? Ah. Nichts. Okay. Was ist mit Brad? Da Lunger jetzt da unten oder was? Ob das so schlau ist. Ah, so eine Tür kann ich die aufmachen. Komm. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Komm. Sehr schön. Alle rein da. Alle einmal sterben, bitte. So, da kommen wir nie wieder raus. Ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen umsehen sollen draußen. Ich hab bestimmt wieder was übersehen. Ich hab bestimmt wieder was übersehen. Also es ist klar, dass ich beim ersten Mal nicht alles mitnehmen kann. Aber es wäre natürlich trotzdem schon mal schön zu machen. Guck mal, da liegt einer. Ich konnte jede Leiche bis jetzt untersuchen, aber die nicht. Was ist noch eine Tür? Das ist aber zu. Das ist aber blöd. So, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Eine Vorahnung. Für ins Bildchen. Was? Tickende Zeitbombe. Okay. Junior war das glaube ich. Junior will sich umbringen. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss einen sein. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen. Hier stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel. Auf dem Ozean. Geheimnis gefunden. Karte. Das wird immer krasser. Ich weiß nicht, ob ich das will. Aber so langsam kommt die Geschichte ins Rollen. Das Schiff kam vom Kurs ab. Schlechte Sicht. Mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Ja. Hat doch im Prinzip alles zusammengefasst, was da stand. Da blinkt was. Komm, nimm's dir. Ja, ekelhaft. Den armen Kerl hat es wohl mitten in seinem Funkspruch erwischt. Notruf abgesetzt. Funkausfall SOS per Morsecode. Versucht viele Dacu tot. Hm. Klingt echt verzweifelt. Ich sterbe. Das sieht mir doch aber wie ein Funkgerät aus. Guck mal. Hier. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solang Saft da ist. Ich probier's mal. Es ist bewartet uns der fünfte Tag. Es geht doch. Noch ein Stück. ein Zahlensender. 52. 12. 14. 32. 12 www. Hey, hey. Hört das jemand da draußen? Hallo! Äh, äh, empfangen. Oh. Oh scheiße, da ist wer. Äh. Äh, sachlich bleiben. Keine Panik. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell. Wir sind in Not. Wiederholen. Wiederholen. Ober. Wir sind auf einem Frachter. Er hat gesagt wiederholen, oder? Wir sind auf einem Frachter. Verlassen. Groß und alt. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte, kommen! Militärkanal. Fliss fand eine Kapitänsmütze. Darauf stand ein Name mit G am Ende und danach mit A an. Die Gruppe fand ein Funkgerät und nahm Kontakt mit einer Militärstation auf. Sie gaben ihre Koordinaten an. Okay. Oh. Wir sind gerade motiviert, entspannt, selbstlos und begeistert. Ja, begeistert bin ich ganz sicher. Hey! Sehen wir hier! Das ist ein Loch. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Wir sind wirklich gerade in Outlast. Ich gehe. Natürlich. Ich schaffe das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was sollte... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Wenn er sich sicher ist. Er hat gerade gesagt, er hat sich bewiesen. Also, von mir aus. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich habe mich gerade in die Hervoranung erinnert, wo Brett erschtoffen wird. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Okay, Fliss. Bereit? Oh, fuck. Und wie das Ganze in der nächsten Folge weitergeht. Ja, erfahrt ihr morgen dann. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Sorry für den Cliffhanger, aber ich will natürlich auch ein bisschen die Spannung oben halten. Habt noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.